Den Link dazu gibt es in unserer Beschreibung heute. Hast du dich schon angemeldet? Niedlich. Ich weiß gar nicht, ob das vier Wochen dauert, das Rennen, wenn ich da erst losfahre. Fast schon wieder die halbe Woche rum. Mittwoch ist heute ein bisschen auch die hohen Inzidenzzahlen, weil man eben nicht jeden Kontakt garantiert zu 100% nachvollziehen kann. Und in dem Alter erinnert man sich auch nicht so wahnsinnig viel auf die Serienz-Gewiesen. Am Start, wir erinnern, die Airline heißt sehr mallorquinisch Web. Genau so, also nicht Web, die hat nichts mit, die fliegt durchs Internet zu tun. Web. Genau, dreimal täglich. Die Behörden gehen also davon aus, das war ein einmaliges Ereignis. Na gut. Gute Nachrichten fürs Klima. Das Kohlekraftwerk bei Port de Alcudia fährt die Leistung deutlich nach unten. Ja, derzeit sind nämlich ohnehin ja nur noch zwei der insgesamt vier. Montag, der erste im August und zwar ist heute der zweite August. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Der Juli dazu, um ganz durcheinander zu kommen, war ein guter Monat für den Tourismus. Einen wunderschönen guten Morgen. Und ich weiß, dass viele sich fragen, was macht Hannah eigentlich, wenn sie nicht gerade mit dem dicken Onkel den Podcast macht oder im Fernsehen ist. Abwarten, nach dem Wetter verraten wir ein bisschen was. Dienstag, der 10. August. Los geht's. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sagt was wegen Werbung. Richtig. Dienstag, der 10. August ist heute. Los geht es. Schönen guten Morgen. Dass man ab 22 Uhr nicht am Strand Versammlungen machen kann. Das bleibt auch. Nicht nur nicht Versammlungen, sondern sich nicht mehr aufhalten darf. Also die Sperrstunde. Also ich zum Schwimmen auch nicht. Du zum Schwimmen auch nicht. Nein. Keine Sonderrechte für Hannah. Genau. 23 Uhr gibt es in der Beschreibung zu unserer Montagsfolge. Die haben sie jetzt Gott sei Dank hinter sich. Alles geschafft. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss bis morgen.